Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, dann wird es Frieden geben. Diesen tollen Spruch des 70er Jahre Kultgitarristen Jimi Hendrix möchte ich euch im Dezember mitgeben, denn Liebesgöttin Venus wird sich den ganzen Monat über mit Machtplanet Pluto verbinden. Das Ganze im Zeichen Steinbock, der auch für Karma steht. Und an unser Karma werden wir auch durch die Sonnenfinsternis am 4. Dezember im Schützen erinnert. Wie wir uns in den letzten drei Monaten verhalten haben, das wird das kommende Jahr stark beeinflussen. Mehr dazu und wie sich die Konstellationen für die einzelnen Sternzeichen auswirken, das wollen wir uns in diesem Video anschauen. Herzlich Willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast zu diesem Video mit den Tendenzen für den Dezember 2021. Es wird voraussichtlich ein bewegter Monat, der uns einiges abverlangt, aber es gibt auch kosmische Geschenke. Mehr dazu gleich. Erstmal gibt es hier meine Geschenke für euch. Aus Anlass des Jahreswechsels verlose ich ein Jahrbuch 2022 mit persönlicher Widmung und einen von meinen wunderschönen Antonias Sterne-Kalendern. Außerdem haben wir eine tolle Rabattaktion auf die individuelle Jahresvorschau. 30% Rabatt bis Weihnachten. Das ist also ein super Geschenk für euch selbst oder einen lieben Menschen. Der Gutscheincode ist Sterne2022 und den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Alle Infos zu den Rabatten, Geschenken, der Verlosung und zu neuen Terminen gibt es außerdem am Ende des Videos im Serviceteil. Die Timecodes für euer Sternzeichenhoroskop und den Serviceteil stehen unten in der Videobeschreibung. Bitte ganz nach unten scrollen. Findet ihr unter dem Horoskope-Shop. Und hier ist die glückliche Gewinnerin der Verlosung im November. Die hat nämlich schon eine persönliche Jahresvorschau gewonnen und ihr YouTube-Profil trägt den schönen Namen Nova Cosmic. Herzlichen Glückwunsch! Bitte melde dich unter der unten eingeblendeten E-Mail-Adresse, damit wir dir dein Horoskop zumailen können. Jetzt wollen wir uns die Konstellationen für den Dezember anschauen. Der Monat beginnt mit den kosmischen Geschenken. Die Sterne fördern Liebe und Hilfsbereitschaft. Durch tatkräftige Hilfe bekommen wir Erfolgserlebnisse. Und wir fühlen uns gut, wenn wir uns für andere oder eine gute Sache einsetzen. Denn Mars im Skorpion verbindet sich günstig mit Spiritualitätsplaneten Neptun. Das ist eine Konstellation für Hilfsbereitschaft und selbstlosen Einsatz. Außerdem kann das später auch günstige Konsequenzen für uns haben. Menschen, denen wir jetzt helfen, erinnern sich später daran und werden sich revanchieren. Die Liebesplaneten Venus und Mars stehen leidenschaftlich. Nehmt euch zu Beginn des Monats auf jeden Fall Zeit für die Liebe und Zärtlichkeit und Berührung. Und wenn ihr alleinstehend seid, tut etwas für euren Körper, zum Beispiel Massagen oder Yoga, um Kraft zu tanken und euch selbst etwas Gutes zu tun. Auch heiler Planet Chiron spielt zu Beginn des Monats eine wichtige und positive Rolle. Wenn ihr in einem Heilberuf arbeitet oder euch als pflegende Angehörige einsetzt, bekommt ihr Unterstützung und Zuspruch und seht den spirituellen Sinn dieser Aufgabe. Ebenfalls wichtig, Neptun wird nach Monaten der Rückläufigkeit wieder direktläufig und entfaltet deshalb in diesem Monat besondere Kräfte, die allen zugutekommen, die spirituell arbeiten und an die Kraft der selbstlosen Liebe glauben. Am 4. Dezember morgens um 8.43 Uhr ist Neumond und gleichzeitig ist das auch eine Sonnenfinsternis. Diese besondere Konstellation erinnert uns an unser Karma und fordert uns auf, zurückzublicken. Wie sind wir mit den Herausforderungen der letzten beiden Jahre umgegangen? Was haben wir gelernt und welche Visionen können wir auf dieser Grundlage für die Zukunft entwickeln? Die Besonderheit ist, dass diese Sonnenfinsternis am absteigenden Mondknoten stattfindet und der steht für Karma und Herkunft. Das bedeutet, wir sollen aus Fehlern der Vergangenheit lernen, damit wir freier für die Zukunft werden. Das kann auch durch Menschen geschehen, die wir aus der Vergangenheit schon kennen und die jetzt wieder unseren Weg kreuzen. Die wilde Göttin Lilith ist ebenfalls an dieser Konstellation beteiligt. Das heißt, dass die Stimmen der weisen Frauen gehört werden müssen und die werden sich auch zu Wort melden. Im übertragenen Sinne kann es auch um das Karma gehen, was mit Umweltfragen, Tierwohl und Natur zu tun hat, weil Lilith auch für die wilde Natur steht, sowohl in uns drin als auch was die Umwelt anbetrifft. Auf jeden Fall ist es sinnvoll, wenn wir weiterhin achtsam und bewusst durchs Leben gehen, denn was wir in Zeiten von Finsternissen tun und treiben, hat langfristige Konsequenzen und im Fall einer Sonnenfinsternis bis zu einem Jahr. Für einige von euch werden im Zuge dieser Sonnenfinsternis wichtige Veränderungen im Leben eintreten. Und zwar betrifft das Zwillinge, die vom 29. Mai bis 7. Juni Geburtstag haben und Schützen mit Geburtstag zwischen dem 30. November und 8. Dezember. Wie sich das genau auswirkt und auch für die anderen Sternzeichen, darauf gehe ich nachher im Sternzeichenteil noch ausführlich ein. Etwa ab dem 9. Dezember wird die Venus eine enge Verbindung mit Pluto eingehen, und zwar für den Rest des Monats und dann auch nochmal Anfang März, weil die Venus am 19. Dezember rückläufig wird. Das ist eine besondere Konstellation für die Liebe. Deshalb habe ich dieses Zitat von Jimi Hendrix am Anfang gebracht. Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht überwindet, wird es Frieden geben. Beides werden wir wohl in den nächsten drei Monaten beobachten können. Einige werden von der Macht der Liebe überwältigt werden und sich neu verlieben oder sich auch aus Liebe auf große Veränderungen einlassen. Andere sind mehr von der Liebe zur Macht getrieben und werden versuchen, mehr Einfluss zu bekommen und vielleicht sogar andere zu manipulieren. Die Venus steht ja für Liebe und Pluto steht für Macht und das Ganze spielt sich im Zeichen Steinbock ab. Die Energie des Steinbocks ist planend, vorausschauend, zielgerichtet und, man kann auch sagen, berechnend. Und so kann es uns passieren, dass die Liebe in den kommenden Wochen an Bedingungen geknüpft wird. Das können so einfache Sachen sein wie, dass man jemandem etwas zu Weihnachten schenkt, weil man sich dadurch ein entsprechendes Gegengeschenk erhofft oder dass man jemanden damit beeindrucken will. Mit diesen Sternen sollten wir uns selbst immer mal wieder überprüfen, ob wir in unseren Liebesbeziehungen versuchen, andere zu manipulieren oder ob wir Bedingungen stellen. Das ist natürlich irgendwo auch menschlich, nur müssen wir jetzt halt aufpassen, dass es nicht überhand nimmt und dass wir empathisch bleiben und wahrnehmen, was geliebte Mitmenschen wirklich brauchen und sich wünschen. Insofern kann es sogar ein sehr spirituelles Weihnachten werden, bei dem wir mehr als sonst gefordert sind, die Tradition des Gebens und Schenkens aus Liebe und ohne Eigennutz hochzuhalten. Man muss aber auch sagen, dass diese Konstellationen auch eine deutlich erotische Komponente haben, denn Pluto steht auch für die Macht der Erotik und Sexualität und die Verbindung von Pluto und Venus fördert sicherlich alle Arten von Machtspielen in der Erotik. Und das ist auch spannend und wunderbar, solange sich die Beteiligten einig sind und an die Regeln halten. Ich habe das deswegen auch Shades of Grey-Konstellation genannt. Wenn ihr den Bestseller kennt, dann wisst ihr ja, dass es da auch um einen Liebesvertrag geht, in dem genau geregelt wird, was geht und was nicht, wo die Grenzen sind und verschiedenes mehr. Im Zweifelsfalle ist es also ganz wichtig, dass wir auch in der Liebe, selbstverständlich auch sowieso bei Vertragsangelegenheiten und bei finanziellen Sachen, genaue und faire Absprachen treffen und immer im Einvernehmen handeln. Sonst kann nämlich Venus-Pluto auch dazu führen, dass man sich einer Situation ausliefert und sich in eine Sache verstrickt, aus der man hinterher nur schwer wieder herausfindet. Da muss man also echt aufpassen. Venus-Pluto, das kann tiefste Liebe bedeuten, aber eben auch Abhängigkeit und Manipulation. Das kommt auf die jeweilige Situation und den Entwicklungsstand der Beteiligten an. Venus und Pluto weisen auch auf finanzielle Entwicklungen hin. Grundsätzlich wäre der Tipp der Sterne, dass ihr wichtige finanzielle Vorhaben, wertvolle Anschaffungen und am besten auch den Kauf von Weihnachtsgeschenken noch bis zum 18. Dezember erledigt. Die rückläufige Venus kann nämlich bei Geldangelegenheiten ähnliche Probleme mit sich bringen wie der rückläufige Merkur. Es kann Rückzieher geben, Reklamationen, Neubewertungen und Vertragsänderungen. Und zwar in der Zeit vom 19. Dezember bis 29. Januar. Der Experte für Venus und Pluto als Geldplaneten ist Finanzastrologe Ray Merriman. Am besten lest ihr seinen kostenlosen Newsletter, der auch ins Deutsche übersetzt wird. Und ich verlinke euch das unten in der Videobeschreibung unter Finanzastrologie. Am 13. Dezember verlässt der Mars den Skorpion und zieht weiter ins Zeichen Schütze, wo er seine feurige Natur mit mehr Leichtigkeit entfalten kann. Das fördert die Begeisterung für Sport und abenteuerliche Projekte. Aber Mars im Schützen ist auch nicht ohne, denn er bringt eine gewisse Neigung zu Rechthaberei und Übertreibung. Vor allem fördert er einen starken Freiheitsdrang. Und das kann zu Zusammenstoßen führen, wenn uns wegen der Covid-Problematik wieder neue Einschränkungen auferlegt werden. Es fällt schwer, mit Mars im Schützen auf die Stimme der Vernunft zu hören. Die wird sich aber deutlich zu Wort melden, denn am gleichen Tag geht der Merkur in den Steinbock und wird dann sozusagen zum Pressesprecher derjenigen, die mehr Vernunft und mehr Einschränkungen fordern. Bis Weihnachten bildet sich dann noch einmal der schwierige Aspekt zwischen Revoluzza Uranus und Zuchtmeister Saturn. Das ist hier dieser rote Aspekt. Und der hat uns schon das ganze Jahr begleitet und immer wieder für Unruhe gesorgt. Freiheitsdrang trifft dann auf Grenzsetzung und es kann zu Störungen kommen, wenn Leute auf beiden Seiten unbedingt ihre politische Gesinnung durchsetzen wollen. Da empfehle ich euch und uns allen das Gelassenheitsmantra. Das kann man wie ein Gebet an die persönliche spirituelle Quelle betrachten und es geht etwa so. Bitte gib mir die Kraft zu ändern, was ich ändern kann, die Gelassenheit mich mit dem abzufinden, was ich nicht ändern kann und die Weisheit das eine vom anderen zu unterscheiden. Ich muss sagen, dass mir das in den letzten beiden Jahren sehr geholfen hat. Vielleicht hilft es euch ja auch. Als nächstes steht in diesem bewegten Dezember der Vollmond in den Zwillingen auf dem Programm. Und zwar in der Nacht zum 19. Dezember. Er wird dann morgens um 5.35 Uhr exakt. Dieser Vollmond bringt als kosmisches Geschenk eine schöne Verbindung zu Glücksplanet Jupiter mit sich. Das heißt, wir können neue Perspektiven erkennen und fangen langsam an, uns auf die Feiertage zu freuen. Es ist dann auch Zeit, uns und anderen mal auf die Schulter zu klopfen und dankbar zu sein für alles, was wir bis dahin geschafft haben. Außerdem wird Chiron am gleichen Tag nach Monaten der Rückläufigkeit wieder direktläufig und entfaltet starke Kräfte der Heilung. Und zwar sowohl für alle, die in heilenden Berufen arbeiten, als auch für alle, die im Privatleben mit Krankheitsgeschehen und dem Wunsch nach Heilung zu tun haben. Alternative Heilmethoden werden dadurch gestärkt und ihre Anwendung dürfte erfolgreich sein. Das Allerwichtigste ist, dass wir uns nicht um die Art der Heilmethoden streiten, sondern dass wir das anwenden, was in dem Moment das Richtige ist. Ich bin zum Beispiel eine große Anhängerin der Homöopathie, aber ich würde mich niemals ideologisch gegen die Schulmedizin stellen, denn beide Wege können zur Heilung verhelfen. So denke ich jedenfalls als praktisch veranlagter Steinbock. Und noch etwas Wichtiges passiert am 19. Dezember. Das ist wirklich ein Tag der energetischen Wende. Da wird dann die Venus rückläufig, weshalb sie sich drei Wochen lang kaum vom Fleck bewegt und eben in Begleitung von Pluto bleibt, wie ich anfangs schon beschrieben habe. Deshalb bilden Liebe und Macht den ganzen Dezember über eine innige Verbindung und wir sind gefordert, uns zu entscheiden. Für die Macht der Liebe oder die Liebe zur Macht? Die Besonderheiten der rückläufigen Venus werden wir auch in meinen nächsten Livestreams noch besprechen und ich gehe gleich in den Sternzeichenhoroskopen auch nochmal darauf ein. Am 21. Dezember um 16.59 Uhr ist Wintersonnenwende. Dann geht die Sonne in den Steinbock und wir haben die längste Nacht und den kürzesten Tag des Jahres. Anschließend werden die Tage allmählich wieder länger und ich muss sagen, dass ich mich da jetzt schon drauf freue. Zur Wintersonnenwende haben wir eine interessante Konstellation mit Uranus, die positive Überraschungen und gedankliche Durchbrüche anzeigt. Vielleicht finden wir dann die Lösung eines Problems. Jedenfalls ist es eine lichtvolle Konstellation für Geistesblitze und besondere Eingebungen. Zu Weihnachten verbindet sich die Mondin in der Jungfrau mit der Sonne zu einem schönen und friedvollen Aspekt. Und Jupiter ist auch dabei. Und ihr erinnert euch vielleicht, was ich euch letztes Jahr über die Christuskonstellation erzählt habe. Und dass einiges dafür spricht, dass Jesus im Zeichen Jungfrau geboren wurde. Und so kann uns die Kraft der Mondin in der Jungfrau eine kühlende und heilende Hand auf die erhitzte Stirn legen, wenn wir das brauchen, und uns daran erinnern, dass Weihnachten eine Zeit ist, in der wir einander helfen sollten, anstatt uns zu streiten. Hoffentlich kriegen wir das hin, denn die Mondin bildet an Heiligabend für einige Stunden einen Stressaspekt zu Mars, dann jedoch auch wieder einen guten Aspekt zu Uranus, der angenehme Überraschungen verheißt. Alles wird gut, wenn wir es schaffen, unser Ego zurückzunehmen und den Zusammenhalt hochzuhalten. Alternativ sind das übrigens auch gute Sterne, um ein kleines Weihnachtsabenteuer zu erleben. Zum Beispiel einen Kurztrip oder eine Reise mit einem lieben Menschen, wenn nicht neue Einschränkungen dagegen sprechen. Die Feiertage danach gibt es angenehme und liebevolle Aspekte zwischen der Mondin und der Venus. Das sollte uns dabei helfen, zugewandt und freundlich zu bleiben. Ein Tipp wäre vielleicht auch, sich nicht zu viel vorzunehmen und nicht zu viel Erwartungsdruck aufzubauen. In den Tagen bis Silvester bildet die Mondin in der Waage freundliche Aspekte. Übrigens könnt ihr das auch alles auf meinem Instagram-Account mitverfolgen. Da schreibe ich jeden Tag etwas zu den Tagesenergien der Mondin und der Sterne. Am 29. Dezember passiert noch etwas sehr Wichtiges. Dann geht Jupiter in die Fische und zwar bis zum 11. Mai 2022. Diese Konstellation stärkt allen den Rücken, die spirituell arbeiten und an die Kraft der Liebe glauben. Jupiter in den Fischen schenkt uns Hoffnung für das neue Jahr. Zu Silvester steht die Mondin mit Mars im Schützen. Eigentlich eine tolle Party-Konstellation, aber wir müssen erst mal sehen, wie weit wir das ausschöpfen können. Es spricht einiges dafür, dass wir trotz möglicher Einschränkungen sehr erfinderisch darin sein werden, uns etwas Schönes einfallen zu lassen und gute Visionen für das kommende Jahr hochzuhalten. Alles zu den Konstellationen des neuen Jahres gibt es natürlich in meinem Jahrbuch und auch in den Jahreshoroskop-Videos, die noch vor Weihnachten online gehen. Das waren meine Gedanken zur kosmischen Schwingung im Dezember und jetzt kommen wir zur Deutung der Sternzeichen- und Aszendentenhoroskope. Wie immer der Tipp, schaut auch das Video für euer Aszendentenzeichen an und zieht euch die Infos raus, die für euch passen. Und wir beginnen mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Die Sonne im Schützen in der Vorweihnachtszeit wärmt euer Herz und ab Mitte des Monats bekommt ihr auch einen Energieschub von Mars. Das bringt Tatendrang und Vitalität. Und diejenigen von euch, die gesundheitlich auf die Beine kommen wollen, haben besonders in der ersten Monatshälfte günstige Konstellationen, die eure Heilung und Erholung fördern. Gleich schauen wir uns das näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. In diesem Sternzeichen-Horoskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Aktuell empfehle ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF. Und die gibt es jetzt mit 30% Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Beruflich könnt ihr bis zu den Weihnachtsfeiertagen noch eine ganze Menge schaffen und produktiv sein. Vor allem langfristige und bereits bestehende Projekte sollten gut funktionieren. Der Neumond im Schützen am 4. Dezember mit der Sonnenfinsternis aktiviert bei euch Glaubensfragen und auch euren Wissensdurst. Wenn ihr mit Worten und Sprache arbeitet, zum Beispiel als Coaches und im therapeutischen Bereich, wird euch das sehr inspirieren und Begegnungen bringen, die euch zu denken geben. Schaut doch mal, was ihr beitragen könnt. Vielleicht könnt ihr Ratsuchenden Ermutigung schenken. Auf jeden Fall ist es ein guter Neumond, um Pläne zu machen und dabei auch auf die innere Stimme zu hören. Was wollt ihr im neuen Jahr erreichen und euch dabei selbst treu bleiben? Und was steht noch auf eurer Bucketlist? Darüber könnt ihr zum Beispiel nachdenken. In eurem Privatleben spielen Freundschaften eine große Rolle und zwar sowohl mit Leuten, die ihr schon lange kennt, als auch mit neueren Kontakten. Allerdings solltet ihr Freundschaft und Geld gut auseinanderhalten. Wenn ihr euch beispielsweise von einem alten Freund Geld leihen wollt und dieser sagt Nein, kann sich später herausstellen, dass das die richtige Entscheidung war. Umgekehrt solltet ihr auch selbst lieber Freunden kein Geld borgen. Dafür ist der Dezember ungünstig. Auch in eurem beruflichen Netzwerk solltet ihr vorsichtig sein, wenn man euch spekulative Finanzgeschäfte vorschlägt. Die wären ziemlich riskant. Am 13. Dezember geht der Mars in den Schützen und das gibt euch für die nächsten sechs Wochen einen angenehmen Energieschub. Eure Abenteuerlust wächst und ihr müsst dann schauen, ob und wie ihr ein Ventil dafür findet. Sport ist natürlich eine gute Möglichkeit und vielleicht juckt es euch auch, über Weihnachten zu verreisen. Und das könnte von eurem Horoskop her sogar klappen. Beruflich beginnt dann eine sehr gute Phase, um sich neuen Vorhaben zu widmen. Es kann sogar sein, dass ihr zum Jahresende noch ein wichtiges neues Projekt anschiebt. Ihr wirkt überzeugend und mitreißend und habt Ideen für eine bessere Zukunft. In der Liebe sind die Konstellationen allerdings etwas heikel, denn die Verbindung zwischen Pluto und Venus, die am 19. Dezember rückläufig wird, fällt bei euch in den Karrierebereich des Horoskops. Und so kann eine Liebe oder Affäre das berufliche Leben durcheinander bringen. Es kann zu Abhängigkeiten durch die Verbindung von Liebe und Karriere kommen. Möglich auch, dass eine verflossene Liebe aus der Vergangenheit wieder in euer Leben oder sogar als neuer Kollege oder Kollegin auftaucht. Und das lässt alte Emotionen wieder hochkommen. Wenn ihr fest liiert seid, kann es in der Partnerschaft Konflikte ums Geld bzw. Schulden geben. Wenn ihr euch darum jetzt streitet, kann das langfristige Ängste auslösen. Ihr müsst damit ruhig und liebevoll umgehen und Schuldzuweisungen möglichst vermeiden. Schwerwiegende Entscheidungen wie eine Trennung oder auch Zusammenziehen solltet ihr besser vertagen bis nach dem 29. Januar 2022. Und das gilt besonders, wenn ihr im April Geburtstag habt. Gut möglich, dass so mancher Wiedergeborene Zeit für sich selbst braucht oder vielleicht gerne beruflich Feiertagsvertretungen übernimmt, um privaten Querelen aus dem Weg zu gehen. Denn wie gesagt, beruflich und von der Power her läuft es für viele von euch richtig gut. Der Vollmond am 19. Dezember steht günstig zur Widdersonne und macht Lust, spontan etwas Ungewöhnliches zu Weihnachten zu unternehmen. Auf jeden Fall solltet ihr über die Feiertage aktiv werden, sei es mit der Familie oder mit Freunden. Die ganze Zeit nur zu Hause sitzen und futtern ist nichts für euch. Ihr braucht Bewegung, möglichst an der frischen Luft und einen Hauch von Abenteuer. Schöne Tage für Zärtlichkeit und Zweisamkeit sind der 27. und 28. Dezember. Wenn ihr einen Liebespartner habt, solltet ihr euch dann mal abseilen und Zeit zu zweit nehmen. Silvester dürfte die Stimmung gut sein und ihr seid auch sehr spontan. Wahrscheinlich wartet ihr bis zum letzten Augenblick und entscheidet dann, ob ihr was unternehmt. Und dabei habt ihr bestimmt viel Spaß. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stier-Ascendenten. Der Dezember beginnt mit sehr prickelnden Liebessternen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Aktuell empfehle ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF und die gibt es jetzt mit 30% Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt zurück zu euren Liebessternen. Singles, die jemanden zum Flirten gefunden haben, erleben eine starke Anziehungskraft. Für glücklich Liierte sind intensive Liebeserlebnisse möglich und die Zeit bis zum 8. Dezember ist außerdem gut geeignet, falls ihr klärende Gespräche führen wollt oder auch, um gemeinsame finanzielle Entscheidungen zu treffen. Die Venus sendet insgesamt noch bis zum 6. März gute Liebesimpulse. Durch die Verbindung mit Pluto jetzt im Dezember sind diese Liebesenergien auch sehr mächtig. Und es kann durchaus sein, dass ihr geneigt seid, euch Hals über Kopf in ein neues Abenteuer zu stürzen, was euch ziemlich überwältigend erscheint. Doch die Venus wird am 19. Dezember rückläufig und dann kann sich das Blatt nochmal wenden. Und dabei kann auch eure Beziehungsvergangenheit eine Rolle spielen. Deshalb empfehlen euch die Sterne, bei einer neuen Liebe die 90-Tage-Regel zu beherzigen. Drei Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst und jemandem dem Haustürschlüssel übergebt. Bis zum 13. Dezember zeigt außerdem Mars im Partnerhaus für Stierfrauen sinnliche und hartnäckige Verehrer an, die gerne gleich zur Sache kommen wollen. Es kann aber durchaus von Vorteil sein, wenn ihr sie ein bisschen zappeln lasst. Wichtig ist auch der Neumond mit der Sonnenfinsternis vom 4. Dezember. Dabei geht es um Wertefragen, zum Beispiel die gemeinsamen Werte in eurer Partnerschaft, sowohl psychologisch wie auch wirtschaftlich. Gegebenenfalls könnt ihr Pläne machen, wie ihr in den kommenden zwölf Wochen gemeinsam wirtschaften oder was ihr euch anschaffen wollt. Es können auch emotionale Fragen rund um euer Selbstwertgefühl in Partnerschaften hochkommen und es beschäftigt euch, wer wie viel zu der Beziehung beiträgt und vielleicht auch, wer wie viel Freiraum braucht und erhält. Und wenn ihr alleinstehend seid, geht es um die Frage, wie viel ihr euch selbst wert seid. Beruflich habt ihr im Dezember einige gute Möglichkeiten. Vom 8. bis 13. Dezember gibt es einen ausgezeichneten Finanzaspekt für Verhandlungen und Abschlüsse. Tatsächlich solltet ihr wichtige finanzielle Angelegenheiten möglichst bis zum 18. Dezember regeln. Am 19. Dezember wird die Venus rückläufig und die Zeit bis zum 29. Januar ist dann eher ungünstig für finanzielle Vorhaben. Wenn ihr im Job mit Widerständen und Planänderungen zu kämpfen habt, steht ihr vermutlich direkt unter dem Einfluss von Unruhestifter Uranus und Saturn, der Anforderungen stellt. Zum Beispiel könnten Entscheidungen der Chefetage eure Urlaubspläne durchkreuzen, weil euch kurzfristig eine große Aufgabe übertragen wird. Oder wenn ihr selbstständig arbeitet, müsst ihr noch eine Verantwortung übernehmen, die sich hinzieht. Möglich auch, dass man euch bittet, über Weihnachten Vertretungen zu übernehmen. Das müsst ihr euch dann gut überlegen, denn es ist noch nicht mal sicher, ob sich das für euch überhaupt auszahlt. Trotzdem ist es am besten, wenn ihr nicht auf stur schaltet, sondern flexibel nach Lösungen sucht. Mit etwas Glück könnt ihr auch auf Zeit spielen, wenn sich die Sache auf den Januar vertagen lässt. Der Vollmond in der Nacht zum 19. Dezember beleuchtet noch mal die Fragen rund um Werte und Finanzen. Vielleicht seht ihr dann bereits, wie sich eure Finanzpläne entwickeln werden. Oder ihr erkennt, welche Glaubenssätze euch daran hindern, mehr Selbstwertgefühl und damit auch mehr finanzielle Sicherheit zu erlangen. Wenn die Sonne zur Wintersonnenwende am 21. Dezember in den Steinbock geht, wird euch das trotz Winterzeit und Kälte für die nächsten vier Wochen stärken und vitalisieren. Keine Angst vor Weihnachtsstress. Wenn ihr euch vorgenommen habt, mit der Familie und lieben Menschen zu feiern, werdet ihr wahrscheinlich viel Spaß dabei haben, auch wenn es natürlich wie immer etwas anstrengend ist. Einige von euch suchen aber auch die persönliche Freiheit oder streben in die Ferne. Für die Festliierten würde tatsächlich eine Reise zu zweit unter guten Sternen stehen und hätte auch etwas Heilsames. Auch für einen spirituellen Rückzug und Rituale in den Rauhnächten habt ihr inspirierende kosmische Einflüsse. Ob zu Hause oder weit weg, am 29. und 30. Dezember sieht es nach sinnlichen Momenten aus, wenn ihr einen Liebespartner habt. Silvester wird wohl so mancher Stier mit Kolleginnen und Kollegen feiern, denn es kann noch eine überraschende berufliche Anfrage hereinkommen. Aber auch ein schöner und witziger Abend zu zweit oder im kleinen Kreis steht unter guten Sternen. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Ascendenten. Große Veränderungen in eurem Beziehungsleben kommen auf euch zu. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Aktuell empfehle ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF und die gibt es jetzt mit 30% Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen dazu findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Der Neumond am 4. Dezember im Schützen mit der Sonnenfinsternis ist für euch sehr wichtig, denn er fällt bei euch ins Partnerhaus. In euren Beziehungen wird sich einiges weiterentwickeln und das ist vielleicht schon im Gange, denn eine Sonnenfinsternis wirkt schon drei Monate bevor sie auftritt und noch bis zu einem Jahr danach. Vielleicht habt ihr schon jemanden kennengelernt oder ihr lernt demnächst jemanden kennen. Und wenn ihr in einer Beziehung seid, geht es nun vielleicht um den nächsten Schritt und ihr überlegt, zusammenzuziehen oder zu heiraten. Auch die Ankunft einer neuen Seele in eurem Leben ist möglich, als Kind oder Enkelkind. Oder ihr trefft ganz einfach jemanden, der in beruflicher Hinsicht wichtig für euch ist und euch Türen öffnet. Am stärksten wirkt die Finsternis auf die Geborenen vom 29. Mai bis 7. Juni. Auch die vorherige Sonnenfinsternis vom 10. Juni diesen Jahres wirkt noch bis Mitte nächsten Jahres auf viele Zwillingegeborene weiter, vor allem auf die Geburtstagskinder vom 6. bis 14. Juni. Das heißt, wahrscheinlich empfangen alle Zwillingegeborenen dieses und auch noch nächstes Jahr kosmische Einflüsse, die wichtige und langfristige Entwicklungsschritte im Leben anzeigen. Zugleich ist die aktuelle Finsternis auch der Neumond im Schützen und der fällt bei euch ins Partnerhaus. Daher lohnt es sich, über eure Beziehungen zu meditieren bzw. wenn ihr noch alleinstehend seid, darüber nachzudenken, was ihr euch von einer guten Partnerschaft und einem passenden Partner wünscht. Dazu könnt ihr auch ein schönes Ritual abhalten. Auch die wilde Lilith, die bei euch im Zeichen steht, wird durch die Konstellation aktiviert und fordert euch auf, Gefühle und Instinkte wahrzunehmen, die ihr vielleicht verdrängt hattet, weil sie euch an schwierige Situationen in der Liebe oder eurer Kindheit erinnern. Aber wenn ihr solche Gefühle zulasst, werdet ihr euch hinterher vollständiger und ganzheitlicher fühlen und dazu kann eben auch eine Begegnung mit einem interessanten Menschen beitragen. Und das kann übrigens auch jemand sein, den ihr vielleicht im Laufe des letzten Jahres schon kennengelernt habt oder sogar schon lange kennt. Ab dem 13. Dezember wandert außerdem der Mars im Schützen für sechs Wochen durch euer Partnerhaus. Das zeigt witzige und stürmische Verehrer an, die versuchen, eure Aufmerksamkeit zu erregen, indem sie euch necken und foppen und in heiße Diskussionen verwickeln. Ehrlicherweise muss man auch sagen, dass Mars im Partnerhaus auch Leute anzeigen kann, die ziemlich nervig sind, zum Beispiel Kollegen, die in Teammeetings dauernd unterbrechen oder die aus Spaß an der Diskussion längst besprochene Dinge wieder in Frage stellen. Aber dahinter kann eben auch ein echtes Interesse an eurer Person stecken. Da müsst ihr dann, bevor ihr euch genervt abwendet, nochmal genau hinschauen. Manche von euch sind allerdings durch den Einfluss von Lilith ein bisschen verschlossener als sonst oder auch kompromissloser und eigensinniger. Das kann jedoch auch dazu führen, dass ihr auf potenzielle Liebespartner besonders attraktiv und geheimnisvoll wirkt. Beruflich können die Konstellationen ebenfalls Entwicklungsschübe bringen. Vor allem in der ersten Monatshälfte habt ihr ausgezeichnete Möglichkeiten. Entweder indem ihr wichtige Entscheidungen trefft oder indem ihr mit Entscheidern in Kontakt kommt, die euch Türen öffnen. Langfristig steht ja auch Saturn als Erfolgsplanet günstig, wenn ihr bereit seid, Einsatz zu zeigen und Verantwortung zu übernehmen. Vertragliche und finanzielle Angelegenheiten solltet ihr möglichst bis zum 18. Dezember unter Dach und Fach bringen. Das ist auch empfehlenswert, falls ihr vorhabt, zu Weihnachten größere Anschaffungen zu machen oder Geschenke zu kaufen. Der Vollmond in den Zwillingen in der Nacht zum 19. Dezember drückt eure emotionalen Knöpfe. Das kann sehr schön und auch leidenschaftlich werden, aber es kann euch auch sehr aufwühlen. Am gleichen Tag wird die Venus rückläufig, und zwar im Bereich der verbindlichen Beziehungen und Verträge. Vielleicht werden bereits getroffene Vereinbarungen noch mal in Frage gestellt, und das kann euch verunsichern. Deswegen mein Tipp, Vereinbarungen, Verträge und finanzielles bis zum 18. Dezember zu regeln. Rechnet aber trotzdem damit, dass während der Rückläufigkeit der Venus bis zum 29. Januar Ereignisse aus der Vergangenheit oder vielleicht auch frühere Beziehungspartner Unruhe in eure bestehenden Beziehungen und Verbindlichkeiten bringen können. Doch wenn ihr mit euch selbst im Reinen seid, werdet ihr damit auch fertig. Über Weihnachten wollen eure Lieben gerne Zeit mit euch verbringen, und wenn ihr fest liiert seid, scheint euer Partner eine schöne Überraschung für euch zu planen. Auch ein neuer Flirt wird sich wahrscheinlich über die Feiertage bei euch melden und den Kontakt halten wollen. Und falls ihr noch alleinstehend seid, sind die Chancen weiterhin gut, dass ihr jemanden kennenlernt. Zu Silvester wird man wahrscheinlich auf euch zukommen und euch einladen. Wenn es irgend möglich ist, solltet ihr eine solche Gelegenheit wahrnehmen. Das kann sehr anregend werden. Hallo, ihr wunderbaren Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Trotz der chaotischen Konstellationen im November dürften viele von euch einen guten Lauf gehabt haben, denn Mars im Skorpion macht stark. Mir als Krebsaszendenten ging es jedenfalls so. Euch auch? Postet mir doch gerne hier oder auf Instagram eure Erfahrungen. Gleich schauen wir in eure Sterne für den Dezember. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen und die werden auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt. Aktuell empfehle ich euch natürlich aus gegebenen Anlass die persönliche Jahresvorschau als PDF und die gibt es jetzt mit 30% Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Die Zeit mit Mars im Skorpion geht noch bis zum 13. Dezember weiter und generell wäre mein Tipp, dass ihr alles, was wichtig ist, bis zum 18. Dezember erledigen solltet. Auch finanzielle Absprachen oder Überlegungen, was ihr gemeinsam mit Beziehungspartnern anschaffen wollt, solltet ihr bis dahin geklärt haben. Der Neumond im Schützen am 4. Dezember mit der Sonnenfinsternis aktiviert bei euch das 6. Haus der Arbeit und der Gesundheit. Und ab dem 13. Dezember wird auch der Mars im Schützen diesen Bereich für 6 weitere Wochen aktivieren. Vielleicht gibt es da etwas Neues zu strukturieren, zum Beispiel eine schlechte Gewohnheit ablegen und durch eine gute Neue ersetzen. Falls ihr mit dem Gedanken spielt, eure Ernährung umzustellen, wäre das ein guter Neumond dafür. Lilith, eure innere Schamanin, kann euch dabei unterstützen, wenn ihr eine Meditation abhaltet und um Inspirationen bittet. Möglich auch, dass Arbeitsabläufe betroffen sind und hier Änderungen und Neuerungen eingeführt werden. Eventuell auch im Zusammenhang mit Covid-Maßnahmen. Ihr solltet schauen, ob ihr daraus einen Vorteil für euch ziehen könnt, zum Beispiel Unterstützung bei der Anschaffung von Gerätschaften für das Homeoffice. Und achtet bitte in den Tagen vom 4. bis zum 10. Dezember darauf, euch keinen Ansteckungsgefahren auszusetzen. Der spannendste Bereich in eurem Leben ist sicherlich die Liebe. Denn die Venus wird sich noch bis Anfang März nächsten Jahres in eurem Partnerhaus aufhalten. Und so lange sind Beziehungsthemen noch wichtiger für euch als sowieso schon. Ihr könnt eine große Transformation in einer bestehenden Beziehung erleben oder euch intensiv in jemand Neues verlieben. Jedoch haben die Sterne es auch in sich. Es fängt alles wunderschön an und geht so richtig unter die Haut und ihr spürt wahrscheinlich den Wunsch nach Verschmelzung. Dennoch solltet ihr jetzt die 90-Tage-Regel anwenden und drei Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst. Die Venus wird am 19. Dezember rückläufig bis zum 29. Januar und dann kann sich das Blatt nochmal wenden. Insgesamt erlebt ihr bis zum 6. März 2022 eine Zeit, in der Beziehungen und Begegnungen euer Leben stark beeinflussen können. Deshalb seid besonders achtsam, mit welchen Menschen ihr euch umgebt, weil deren Energiepotenzial eine starke Wirkung auf euch ausüben kann. Wenn ihr in einer glücklichen Beziehung seid, könnt ihr gemeinsam viel erreichen und werdet von anderen als Powerpaar wahrgenommen. Seid ihr in eurer Partnerschaft nicht so glücklich, versucht euch zu entspannen und auf Zeit zu spielen. Im Moment wird es euch kaum gelingen, aus einer Beziehung herauszukommen, ohne dabei Federn zu lassen. Versucht, friedlich und fair miteinander umzugehen und eine mögliche Trennung ab Februar in Angriff zu nehmen. Das alles gilt im besonderen Maße für die Julikrebse. Die der ersten Dekade merken wahrscheinlich nicht so viel von dem Drama. In der Nacht zum 19. Dezember, wenn die Venus rückläufig wird, ist auch Vollmond in den Zwillingen. Und der ist für euch sehr spirituell und aktiviert wie der Lilith, die euch als innere Schamanin helfen kann. Wenn ihr Inspiration braucht, zieht euch zum Meditieren zurück oder verbindet euch mit Gleichgesinnten, auch online, um euch über die Mondenergien auszutauschen. Gut möglich auch, dass ihr Erkenntnisse darüber erhaltet, wie ihr euren Alltag so gestalten könnt, dass es für euch gesund und heilsam ist. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember aktiviert erneut euer Partnerhaus und bringt für vier Wochen neue Impulse und Ideen in eure Beziehungsthemen. Wenn ihr mit euch selbst und euren Lieben im Reinen seid, dürftet ihr sehr harmonische Weihnachten erleben. Gut möglich, dass sich euer Schatz zu Weihnachten oder auch Silvester etwas Besonderes für euch ausdenkt. Auch Freundinnen oder Freunde könnten sich mit einer spontanen Einladung melden, falls ihr alleinstehend seid. Einige von euch bekommen vielleicht auch einen Auftrag oder eine Anfrage für eine Urlaubsvertretung herein, aber das wäre dann ziemlich anstrengend für euch. Angenehmer ist es auf jeden Fall, wenn ihr entspannt zu Hause bleiben könnt. Die Sterne schenken euch jedenfalls gute Impulse für das Familienleben und am 29. und 30. auch kuschelige und erotische Momente. Silvester feiert ihr mit einem prickelnden Gefühl von Aufbruch und Neubeginn und außerdem kann es eine angenehme Überraschung geben. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Falls es im November und überhaupt mit Mars im Skorpion für euch in den vergangenen Wochen schwierig war, sollten sich die Wogen nun langsam glätten. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorab noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen, die auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt werden. Aktuell empfehle ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF und die gibt es jetzt mit 30% Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Die Sonne im Schützen versorgt euch mit positiver Energie und Optimismus und ab dem 13. Dezember kommt auch noch Mars dazu und gibt euch einen ordentlichen Anschub. Der Neumond im Schützen mit der Sonnenfinsternis am 4. Dezember steht günstig für euch. Wahrscheinlich wird er euch daran erinnern, welche Herzensprojekte ihr immer noch nicht in Angriff genommen habt, einfach weil euch die Zeit dafür fehlte oder weil dauernd was dazwischen gekommen ist. Deswegen nutzt den Neumond zur Bestandsaufnahme und um eure Pläne nochmal neu zu formulieren und vielleicht auch anzupassen. Was habt ihr schon verwirklicht? Was steht noch auf der Liste und was ist euch besonders wichtig? Für manche von euch kann der Neumond auch eine neue Liebe bringen und die Lust auf erotische Abenteuer wachkitzeln. Auch eure bestehenden Beziehungen erhalten heilsame und günstige Impulse und falls euer Schatz zuletzt kritisch war und immer viel auszusetzen hatte, sollte sich das im Dezember wieder bessern. Achtet nur bitte vom 4. bis zum 13. Dezember darauf, nicht mit anderen darüber zu streiten, wer Recht hat. Da liegt nämlich eine Tendenz zu Übertreibungen und zur Rechthaberei in der Luft und ihr könntet etwas gereizt reagieren, besonders die Löwen der dritten Dekade. Beruflich haben viele von euch weiterhin sehr viel zu tun und auch die Zeit mit den unerwarteten Planänderungen ist noch nicht vorbei. Es kann sein, dass eure Urlaubspläne für die Weihnachtsfeiertage durcheinandergewirbelt werden, weil ihr plötzlich berufliche Aufgaben übernehmen sollt und das würde sich sogar finanziell lohnen. In dem Fall haltet bitte entsprechende Vereinbarungen schriftlich fest und lasst sie euch bestätigen, denn sonst könnte man versuchen, daran nachträglich noch was zu verändern. Generell wäre mein Tipp, finanzielle Entwicklungen in Bezug auf eure Arbeitsstelle oder auch Entlohnung bis zum 18. Dezember zu regeln. Die Konstellation mit der rückläufigen Venus fällt nämlich bei euch ins Berufshaus und das kann dazu führen, dass Ende Dezember und den Januar über berufliche Angelegenheiten neu bewertet werden. Und dann wäre es gut, wenn ihr euren Vertrag oder eure Vereinbarung schon in der Tasche hättet. Übrigens kann die Venus auch anzeigen, dass es mit einer Kollegin heikle Entwicklungen gibt. Eine Möglichkeit wäre, dass sich ein Flirt entwickelt, der jedoch am Arbeitsplatz unpassend wäre. Oder ihr habt eine neue Kollegin, die gewisse Machtbefugnisse mitbringt oder beansprucht, womit ihr gar nicht ganz einverstanden seid. Dann wäre der Tipp, die Füße stillzuhalten, denn diese Konstellation dauert insgesamt an bis Anfang März und Konflikte, die während der Zeit ausgetragen werden, können langfristige Folgen haben. Also arrangiert euch erstmal mit der Situation und überlegt euch ganz in Ruhe eine Strategie, wie ihr damit umgehen wollt. Der Vollmond in der Nacht zum 19. Dezember beleuchtet nochmal das Thema Herzensprojekte und deren Umsetzung. Vielleicht könnt ihr ja schon sehen, was ihr demnächst verwirklichen wollt oder könnt. Auch Freundschaftsthemen werden von diesem Vollmond aktiviert. Könnte sein, dass eine Freundin eure Hilfe braucht, weil sie irgendwie alleine dasteht. Möglich aber auch, dass es mit einer Person, wahrscheinlich einer Frau, anfängt zu prickeln, mit der ihr vorher schon bekannt oder befreundet wart. Die Wintersonnenwende am 21. Dezember aktiviert bei euch möglicherweise Gesundheitsthemen. Vielleicht überlegt ihr, über Weihnachten mal ein bisschen kürzer zu treten und nicht nur zu feiern, sondern auch was für eure Gesundheit zu tun. Das wäre nicht das Schlechteste. Einige von euch spüren sicher auch die Sehnsucht nach einer Reise in die Sonne und die lässt sich vielleicht kurz vor Weihnachten noch spontan verwirklichen. Es liegt bei euch, ob ihr die Zeit bis Silvester entspannen wollt oder noch ein berufliches Projekt in Angriff nehmt. Beides würden die Sterne Unterstützung. Wobei Mars nahelegt, dass euch moderate oder auch abenteuerliche sportliche Betätigung richtig gut tun würde, also zum Beispiel eine Runde Skifahren oder Wandern in der winterlichen Natur. Wenn ihr Kinder habt, könnt ihr viel sportlichen und spielerischen Spaß über die Feiertage mit ihnen erleben. Der 29. und 30. Dezember wären gute Tage, um sich um hilfsbedürftige Angehörige zu kümmern. Silvester herrscht bei euch Partystimmung und egal, ob im ganz kleinen Rahmen oder falls möglich auch im größeren, ihr solltet etwas unternehmen, was euch Spaß macht und alle Sorgen vergessen lässt. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Auszendenten. Ihr startet mit produktiven Sternen in den Dezember. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen. Die werden auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt. Aktuell empfehle ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF und die gibt es jetzt mit 30% Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Am besten, ihr schiebt eure Vorhaben im Dezember nicht auf die lange Bank, sondern erledigt so viel wie möglich in der ersten Monatshälfte. Bis zum 13. bekommt ihr nämlich noch Rückenwind von Kraftplanet Mars. Ihr seid sehr scharfsinnig und habt gute Einfälle, die euch beruflich zugutekommen. Zwischen dem 4. und dem 13. Dezember kann es anstrengend werden, wenn ihr eine Chefin habt, die viel Einsatz von euch fordert. Ideal wäre es, wenn ihr berufliche und auch finanzielle Angelegenheiten bis zum 18. Dezember weitgehend abschließen könntet. Euer Privatleben wird euch nämlich im Laufe des Monats immer wichtiger. Nicht nur, weil Weihnachten ist, sondern auch, weil die Planeten euren privaten Bereich anregen. Das beginnt mit dem Neumond im Schützen am 4. Dezember. Zugleich eine Sonnenfinsternis, die auf euer Familienkarma hinweist. Die Verbindung mit den Ahnen wird wichtig. Und wenn Großeltern oder Urgroßeltern schon verstorben sind, merkt ihr vielleicht jetzt, dass ihr sie sehr vermisst. Dann könntet ihr den Neumond nutzen, um euch in einer Meditation wieder mit ihnen zu verbinden und sie um Schutz und Inspiration zu bitten. Möglich auch, dass ihr beruflich noch ein wichtiges Vorhaben habt und Unterstützung seitens der Familie bekommt, die sich zum Beispiel um Kinder oder Enkel kümmert. Jedenfalls ist der Zusammenhalt in der Familie oder Herkunftsfamilie sehr wichtig. Und es kann auch sein, dass es da Dinge zu klären gibt. Das solltet ihr aber nicht auf die Feiertage verlegen. Nehmt euch dafür lieber vor, aktiv, heiter und unbeschwert zu feiern. Das ist auch insofern wichtig, weil der Mars am 13. Dezember in den Schützen geht und dann für sechs Wochen euer Privatleben etwas aufmischen kann. Wenn ihr beispielsweise viel beruflichen Stress habt, seid ihr dann möglicherweise gereizt und verliert schneller die Geduld, wenn es zu Hause nicht nach eurem Kopf geht. Außerdem besteht eine Tendenz, dass ihr euch zu viel vornehmt und die Feiertage mit Erwartungen überfrachtet, was dann wiederum zu Konflikten führen kann. Zum Glück kommt euch der Humor nicht abhanden und es wird sicherlich möglich sein, gute Kompromisse zu finden zwischen euren Wünschen und denen eurer Lieben und zwischen Aktivität und Entspannung. Sorgt vorsichtshalber dafür, dass ihr auch mal Zeit habt, durchzuschnaufen und euch zurückzuziehen, wenn ihr das braucht. Wenn ihr alleinstehend seid, könntet ihr Lust bekommen, eure Wohnung umzugestalten oder sogar eine kleine Renovierung durchzuführen. Dafür würde euch der Mars mit Kräften und Ideen versorgen. Auch die intensive Beschäftigung mit einem wichtigen Herzensprojekt kann euch Erfüllung und Freude bringen. Sehr spannend sind eure Liebestendenzen, denn die Venus sendet zusammen mit Pluto für die nächsten drei Monate intensive Liebesenergien. Wenn ihr in einer glücklichen und vertrauten Beziehung seid, könnt ihr nun ganz neue Dimensionen der Erotik und Innigkeit ausloten. Und für die Singles sind heiße Flirts möglich, die unter die Haut gehen. Doch bei Menschen, die ihr noch nicht so gut kennt, solltet ihr Vorsicht walten lassen. Denn was im Dezember gesagt oder getan wird, hinterlässt Spuren in der Seele. Am besten ihr wendet die bewährte 90-Tage-Regel an. Drei Monate abwarten, ehe ihr euch tiefer einlasst. Denn neue Liebesgeschichten können sehr verstrickend sein und euch tief hineinziehen. Ab dem 19. Dezember wird die Venus rückläufig, bis zum 29. Januar. Und dann kann sich das Blatt nochmal wenden. Deshalb solltet ihr euer Herz schützen und euch Zeit nehmen, jemanden näher kennenzulernen. Am 19. ist auch Vollmond in den Zwillingen. Der beleuchtet euren Entwicklungsweg. Und wenn ihr Zeit habt, innezuhalten, solltet ihr darüber nachdenken, inwiefern eure Wurzeln und eure Herkunft euch stärken oder auch problematisch sind, wenn es darum geht, beruflich erfolgreich zu sein. Dazu könnt ihr gegebenenfalls auch ein Vollmondritual durchführen. Mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember, wenn die Sonne in den Steinbock geht, erhaltet ihr für die nächsten vier Wochen einen angenehmen Zuwachs an Vitalität und Zuversicht. Zu Weihnachten sind eure kreativen Kräfte und die Lust zu feiern geweckt. Wenn ihr mit Kindern oder Enkeln feiert, schenkt ihnen doch ein schönes Gesellschaftsspiel, was ihr dann gleich miteinander ausprobieren könnt. Auch Bewegung an der frischen Luft, am besten gemeinsam mit dem Nachwuchs, tut gut. Zu Silvester steht eine Überraschung in den Sternen. Vielleicht wollen eure Kinder oder euer Schatz eine spontane Party bei euch zu Hause geben. Auch wenn ihr zuerst skeptisch seid, lasst euch darauf ein. Das kann sehr lustig werden. Hallo, ihr wunderbaren, vage Geborenen und vage Aszendenten. Die Sonne im Schützen versorgt euch mit Optimismus und Zuversicht. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Voroskope und Beratungen. Die werden nämlich auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt. Aktuell empfehle ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF. Und die gibt es jetzt mit 30% Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Auch wenn die Konstellationen in den letzten Wochen etwas stressig waren, dürfte es doch für euch insgesamt gut laufen, vor allem beruflich und auch was eure Herzensprojekte angeht. Besonders günstig sind die Tendenzen, wenn ihr mit Worten und Sprache arbeitet oder im Marketing oder Verkauf. Und die Künstlerinnen und Künstler unter euch sind ebenfalls auf der Erfolgsspur. Der Neumond am 4. Dezember im Schützen, der zugleich eine Sonnenfinsternis ist, dürfte sehr inspirierend auf euch wirken. Er fällt in den Bereich des Lernens und der Kommunikation und regt euch an, über tolle neue Vorhaben nachzudenken. Ihr habt sehr gute und optimistische Ideen. Es kann aber auch wichtig werden, Projekte, an denen ihr in den vergangenen drei Monaten schon gearbeitet habt, noch mal zu bewerten und zu überlegen, ob sie vielleicht noch weiterentwickelt werden können und sollten. Vielleicht sind sie auch die Basis für die nächsten neuen Projekte, die ihr beginnt. Der Neumond ist auch geeignet, um Marketingstrategien für bereits bestehende Produkte zu entwickeln oder Ideen der letzten Monate zu realisieren. Auch wenn ihr eine neue Fertigkeit erwerben oder etwas Neues lernen wollt, solltet ihr darüber jetzt nachdenken. Möglich ist aber auch, dass es zu diesem Neumond um Familienkarma mit euren Geschwistern geht. Vielleicht gibt es da etwas zu klären oder ihr habt die Gelegenheit, euch nach langer Zeit einmal wiederzusehen. Ab dem 13. Dezember geht auch der Mars in den Schützen und schärft eure Intelligenz und eure Überzeugungskraft. Ihr entwickelt dann sehr dynamische Ideen und falls ihr schriftstellerisch arbeitet, wird euch das geistig beflügeln. Möglich auch, dass ihr tatkräftig euren Geschwistern unter die Arme greift, beispielsweise bei der Betreuung hilfsbedürftiger Familienangehöriger. Um wichtige finanzielle Angelegenheiten habt ihr euch wahrscheinlich in den letzten Wochen gekümmert. Seien es Abrechnungen oder Buchhaltung, finanzielle Verträge, die Rückzahlung von Schulden oder dass ihr selbst offenstehende Außenstände eingetrieben habt. Was da noch nicht erledigt ist, darum solltet ihr euch unbedingt bis zum 18. Dezember kümmern. Und falls ihr zur Miete wohnt, müsst ihr darauf achten, dass ihr mit euren Mietzahlungen nicht in den Rückstand geratet, denn das könnte sonst längerfristig unangenehme Folgen haben. Am 19. Dezember wird nämlich eure Herrscherin die Venus rückläufig bis zum 29. Januar. Und diese Phase ist eher ungünstig für wertvolle Anschaffungen und auch für Verhandlungen in Geldangelegenheiten. Das heißt natürlich nicht, dass man da gar nichts machen kann, aber es sind dann besondere Aufmerksamkeit und doppelte Prüfung nötig, ganz ähnlich wie wenn der Merkur rückläufig ist. In der Liebe und in eurem Privatleben sind die Tendenzen überwiegend freundlich. Die meisten von euch dürften einen guten Zusammenhalt erleben, vor allem diejenigen, die eine feste und vertrauensvolle Beziehung haben. Am besten, ihr plant über Weihnachten zwar die Eckdaten, lasst aber Raum für Überraschungen, die übrigens recht angenehm ausfallen können. Zum Beispiel spontaner Besuch oder Einladungen und dann ist es gut, wenn ihr ein bisschen Zeit übrig habt, um euch darauf einlassen zu können. Die Singles unter euch haben in der zweiten Monatshälfte interessante Flirt-Tendenzen im Zusammenhang mit Gesundheitsthemen. Also vielleicht knistert es mit eurem Heilpraktiker oder eurer Ärztin oder es gibt jemanden, mit dem schon länger ein schüchterner Flirt läuft und ihr beschließt an den Feiertagen ein bisschen Zeit miteinander zu verbringen und entdeckt eure Gefühle füreinander. Etwas schwieriger sind die Tendenzen für die Geburtstagskinder vom 16. bis 20. Oktober, vor allem wenn es in eurer Familie Geheimnisse oder Intrigen gibt. Dann solltet ihr darauf achten, dass nicht hinter eurem Rücken Entscheidungen getroffen werden, die auch euch angehen. Es ist gut, wenn ihr genau wisst, wem ihr vertrauen könnt und wer offen und ehrlich zu euch ist. Zu Menschen, bei denen ihr euch nicht sicher seid, ob sie euch wohlgesonnen sind, solltet ihr im Dezember und Januar lieber auf Distanz gehen, auch wenn es Familienmitglieder sind. Es gibt genug andere Menschen, die euch lieben und zu schätzen wissen. Nach Weihnachten lässt sich ein schwelender Konflikt vielleicht sogar klären. Dafür wären die Aspekte am 29. und 30. Dezember gut geeignet. Zu Silvester seid ihr in Feierlaune und dazu werdet ihr wahrscheinlich auch Gelegenheit haben. Eure Pläne können sich im letzten Moment noch mal ändern, aber es sieht ganz so aus, als würdet ihr den Abend in angenehmer Gesellschaft verbringen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Die Powerphase mit Mars in eurem Zeichen hält noch bis Mitte Dezember an. Gleich schauen wir in eure Sterne, vorher noch dieser Hinweis. In dem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen. Die werden auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt. Aktuell empfehle ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF. Die gibt es jetzt mit 30% Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Die Venus verleiht euch schon seit dem November und auch den Dezember über eine sinnliche Energie. Wie läuft's in der Liebe? Da müsste doch einiges gehen, oder? Aber die letzten Wochen waren bestimmt auch ziemlich anstrengend und aufregend. In diesem Stil geht es auch noch weiter bis zum 13. Dezember. Der Neumond im Schützen mit der Sonnenfinsternis vom 4. Dezember verweist auf finanzielle Angelegenheiten und Wertefragen. Dabei können Entwicklungen der Vergangenheit eine Rolle spielen, die jetzt wieder auf den Tisch kommen. Habt ihr irgendwelche Zahlungen noch nicht geleistet? Dann solltet ihr das jetzt auf jeden Fall nachholen. Aber auch wenn euch Leute Geld schulden, ist die Zeit bis zum 18. Dezember günstig, um es noch zu erhalten. Vielleicht geht es mit dem Neumond aber auch um euer Selbstwertgefühl und eure Glaubenssätze über Geld und Besitz. Oft auch im Zusammenhang mit eurer festen Beziehung oder Verträgen mit Leuten und gemeinsamen Werten. All diese Themen könnt ihr zum Gegenstand eurer Neumond-Meditation machen und dabei solltet ihr auch die Vergangenheit mit einbeziehen, denn sie ist die Basis für zukünftige Entwicklungen. Und die Zukunft scheint mehr im Bereich eines gemeinsamen Besitzes zu liegen, als nur eures eigenen. Der Mars hat natürlich euer Ego in den letzten Wochen stark angeregt und ihr seid vielleicht noch im Verteidigungsmodus. Aber was ihr erarbeitet habt, solltet ihr nun in eine Gemeinschaft einbringen und mit anderen teilen. Das ist zumindest die Botschaft der Sterne. Denkt doch mal drüber nach, wie das zu eurer persönlichen Situation passt. Für einige von euch kann es in diesem Mondzyklus auch um Sorgerechtsfragen gehen. Zum Beispiel im Hinblick darauf, wie ihr euch die Weihnachtsfeiertage aufteilt, wenn ihr getrennt seid, aber gemeinsame Kinder habt. Bitte stellt euch solchen Fragen und kommt zu einer vernünftigen Lösung, sonst kann es deswegen zu Weihnachten Konflikte geben. In eurem Primatleben geht es teilweise auf und ab. Besonders die Geburtstagskinder der zweiten Dekade müssen sich immer wieder auf Planänderungen einstellen, häufig durch das Verhalten von Beziehungspartnern oder Familienmitgliedern, die ihren eigenen Kopf haben oder bestimmte Angelegenheiten unbedingt jetzt verfolgen wollen. Es ist nicht immer ganz leicht, sich da einig zu werden. Besonders in der Zeit vom 4. bis zum 13. Dezember kann es Konflikte darum geben, wer Recht hat und alle beharren auf ihrer Meinung. Es kann euch durchaus schwer fallen, da cool zu bleiben, obwohl euch die Sterne genau dazu raten. In den Tagen darauf entspannt sich die Lage aber wieder und es wird leichter, Kompromisse zu finden. In der Liebe habt ihr durchaus schöne und romantische Konstellationen für zärtliche Momente. Auch wenn ihr schon lange mit eurem Schatz zusammen seid, wird es nicht langweilig. Ihr müsst nur den Kopf freikriegen und euch bewusst Zeit zu zweit nehmen, in der ihr nicht über anliegende Sorgen und Projekte nachdenkt. Und die Singles unter euch können sich ganz überraschend noch vor Weihnachten verlieben. Beruflich profitiert ihr von eurer Intuition. Ihr könnt euch gut in euer Gegenüber hineinversetzen und geschickt verhandeln. Die besten Aspekte für Verhandlungen und lukrative Abschlüsse habt ihr bis zum 18. Dezember. Am 13. Dezember geht der Mars in den Schützen und damit in euer Geldhaus. Das unterstützt euch dabei, finanzielle Angelegenheiten mit Schwung zu verfolgen. Der Vollmond am 19. Dezember greift die Fragen um eigene und gemeinsame Werte vom Neumond wieder auf. Wenn ihr da was verdrängt hattet, kann es nun emotionale Diskussionen darum geben, wem was gehört und wer wie viel gibt. Gleichzeitig wird die Venus rückläufig und das kann dazu führen, dass Finanz- und Beziehungsthemen der Vergangenheit in den nächsten Wochen wieder hochkommen. Für euch stehen diese Konstellationen günstig, deshalb könnt ihr da durchaus Vorteile draus ziehen. Für euer eigenes Karma wäre es gut, wenn ihr dabei fair bleibt und auch die Bedürfnisse der anderen berücksichtigt. Diese Themen können euch bis Anfang März beschäftigen. Über die Weihnachtsfeiertage habt ihr schöne Konstellationen, die auch eure intuitive und sensible Seite fördern. Wenn euch der Sinn danach steht, könntet ihr gemeinsam mit euren Lieben oder auch für euch allein meditieren und ein ganz intimes, spirituelles Weihnachtsfest feiern. Zu Silvester könnte es mal wieder Überraschungen durch andere geben, zum Beispiel spontaner Besuch oder eine verrückte Idee eures Partners. Das wären dann mal Planänderungen, über die ihr euch nicht ärgern müsst, sondern an denen ihr sogar euren Spaß haben würdet. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Dezember Geburtstag habt. Bevor wir in eure Sterne schauen, habe ich noch einen Tipp. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen. Die werden auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt. Und aktuell empfehle ich euch natürlich die persönliche Jahresvorschau mit dem Geburtstagshoroskop als PDF. Die gibt es jetzt für 30% Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Die Sonne im Schützen sorgt bei euch für gute Stimmung und Optimismus. Glücksplanet Jupiter zeigt, dass ihr beliebt seid und Freunde und Familie lassen euch zum Geburtstag bestimmt hochleben. Am 4. Dezember ist der Neumond im Schützen. Das ist der wichtigste im ganzen Jahr für euch und außerdem eine Sonnenfinsternis, was den Einfluss der Konstellation noch verstärkt. Sie aktiviert eure Beziehungsachse und wirkt längerfristig, nämlich schon seit September und noch bis Ende 2022. In dieser Zeit treten möglicherweise bahnbrechende, lebensverändernde Beziehungen in euer Leben oder ihr verabschiedet euch von solchen. Es scheint, als gehe eine Beziehungsära zu Ende und eine neue beginnt. Vielleicht trefft ihr auch jemanden, den ihr gefühlt schon lange oder aus einem vorherigen Leben kennt und der oder die euch sehr vertraut vorkommt. Die Person scheint euch auf einer sehr tiefen Ebene zu verstehen und die Anziehung ist sehr stark. Dabei ist nicht gesagt, dass sich die Verbindung automatisch zu etwas Romantischem entwickelt. Wahrscheinlich hängt das davon ab, ob ihr beide etwas Romantisches wollt oder nicht oder ob ihr bereits in einer Beziehung seid. Jedoch handelt es sich auf jeden Fall um eine sehr besondere Verbindung. Die Sonnenfinsternis am 4. Dezember wirkt am stärksten auf die Geborenen vom 30. November bis 8. Dezember. Wir hatten aber auch im Juni schon eine Sonnenfinsternis mit ähnlicher Wirkung für euch. Die beeinflusst euch auch noch bis Mitte 22 und zwar besonders die Geburtstagskinder vom 17. bis 15. Dezember. Wahrscheinlich werden alle Schützegeborenen mehr oder weniger von dieser Wirkung der Konstellationen erfasst. Jedenfalls lohnt es sich, wenn ihr zu diesem Neumond über euer Beziehungsleben nachdenkt, was ihr vielleicht ändern wollt, ob ihr glücklich seid und wohin ihr euch gemeinsam entwickeln wollt. Und wenn ihr noch Single seid, würde eine Wunschmeditation darüber, wie euer Traumpartner oder Partnerin aussehen soll, eine starke Wirkung entfalten. Auch die wilde Lilith ist Teil dieser Konstellation. Das verweist auf intensive Erlebnisse mit interessanten und ausgefallenen Menschen, die etwas tief in euch auslösen und euch vielleicht mit lange verdrängten Gefühlen wieder in Kontakt bringen. Das kann sehr befreiend wirken und eure Kreativität stark anregen. Neue Beziehungen haben auch das Potenzial, euer Selbstwertgefühl zu stärken. Wie gesagt, das sind längerfristige Entwicklungen, die müssen jetzt nicht alle im Dezember gleichzeitig auftreten und vielleicht ist der Prozess auch schon im Gange. Zu all diesen Themen könnt ihr in der Neumond-Meditation um Inspirationen und Erkenntnisse bitten. Beruflich läuft zurzeit auch vieles über die richtigen Kontakte und gute Beziehungen. Wenn ihr im Bereich Kommunikation und Marketing arbeitet oder auch unterrichtet oder Coachings macht, seid ihr sehr erfolgreich und habt wahrscheinlich auch im Dezember noch einiges zu tun. Und wenn ihr auf der Suche nach einem neuen Job seid, würde sich tatsächlich noch eine Bewerbung lohnen und zwar zwischen dem 8. und dem 18. Dezember. Einige von euch haben allerdings mit Kolleginnen oder Kollegen zu tun, die etwas unberechenbar zu sein scheinen und mit denen ihr nicht Recht zu einem guten Rhythmus findet. Vielleicht fallen sie auch plötzlich aus und ihr sollt über die Feiertage einspringen. Das kann sich sogar finanziell lohnen. Falls ihr das in Erwägung zieht, lasst euch die Vergütung auf jeden Fall schriftlich bestätigen. Generell sehen die ersten drei Wochen des Monats lukrativ für euch aus. Wenn es etwas Finanzielles zu verhandeln gibt oder auch wenn ihr wichtige Anschaffungen tätigen wollt, erledigt das am besten bis zum 18. Dezember. Am 13. Dezember passiert etwas sehr Wichtiges, dann geht nämlich der Mars in den Schützen und bringt euch für sechs Wochen einen Powerschub. Falls ihr in letzter Zeit öfter mal schlapp wart oder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hattet, kann sich das deutlich bessern und ihr findet wieder zur gewohnten Kraft zurück. Wahrscheinlich bekommt ihr riesig Lust, aktiv zu werden und etwas Besonderes zu erleben. Der Vollmond in den Zwillingen in der Nacht zum 19. Dezember bringt euch mit die wichtigen Beziehungsthemen vom Neumond wieder ins Bewusstsein. Die Singles unter euch erleben in der Vollmondphase vielleicht einen heißen Flirt. Mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember um 16.59 Uhr verlässt die Sonne euer Zeichen und zieht weiter in den Steinbock. Über Weihnachten und bis Neujahr habt ihr einen starken Heilungsaspekt und verspürt vielleicht den Wunsch etwas für eure Gesundheit zu tun, was euch stärkt und Spaß macht, zum Beispiel Wintersport. Es kann auch um wichtige Entwicklungen mit euren Kindern gehen, dann solltet ihr gemeinsam mit ihnen das Abenteuer suchen. Eventuell kollidiert das mit den Wünschen von Familienmitgliedern, die sich etwas anderes vorgestellt hatten. dann müssen Kompromisse her. Wichtig dabei ist, dass ihr nicht etwas versprecht, das ihr nachher nicht halten könnt oder wollt. Ihr solltet zu euren Wünschen stehen und über alles vernünftig mit euren Lieben reden. Ihr werdet sehen, sie haben Verständnis. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Dezember Geburtstag habt. Große kosmische Ereignisse stehen in den Sternen. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorab noch einen Hinweis. In diesem Sternzeichen-Horoskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen. Die werden auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt. Und aktuell empfehle ich euch die persönliche Jahresvorschau mit Geburtstags-Horoskop als PDF und die gibt es jetzt mit 30% Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Die besondere Konstellation mit Venus und Pluto, also Liebe und Macht, spielt sich bei euch im Steinbock ab und das wird euch die kommenden drei Monate beschäftigen. Der Neumond mit der Sonnenfinsternis im Schützen am 4. Dezember fällt dagegen in euer zwölftes Haus der Spiritualität und des Rückzugs und es kann sein, dass ihr das kaum bemerkt, weil die Liebesthemen sich in den Vordergrund drängen. Trotzdem ist es ein sehr spiritueller Neumond und es lohnt sich zu meditieren und euch mit den Kräften der universellen Liebe zu verbinden. Und bittet um innere Führung, damit ihr den beträchtlichen Einfluss, den ihr in euren Partnerschaften auf andere ausüben könnt, in die richtigen Bahnen lenkt. Für die Liebe und Beziehungen ist die Zeit vom 7. bis 30. Dezember extrem intensiv. Bereits kleine Ereignisse können große emotionale Wellen erzeugen. Seid achtsam, was ihr sagt und tut und mit wem ihr es tut. Umgebt euch mit vertrauenswürdigen Menschen. Singles können eine sehr intensive neue Liebschaft beginnen, aber seid vorsichtig, denn ihr könntet euch da ein etwas Kompliziertes verstricken, aus dem ihr nicht so leicht wieder herausfindet, wenn ihr merkt, dass es doch nicht das Richtige ist. Achtet auch darauf, dass Liebe oder auch Geschenke nicht an Bedingungen geknüpft werden. Ehrlichkeit und Vertrauen sind wichtig, sonst kann es zu Manipulationen kommen. Und schraubt eure Erwartungen über Weihnachten nicht zu hoch. Wenn zum Beispiel jemand nicht kommt, auf den ihr euch sehr gefreut hattet oder wenn ihr umsichtige Pläne gemacht habt und andere sich querstellen, kann euch das sehr zusetzen. Ihr seid dann womöglich geneigt, Druck auf die anderen auszuüben, weil ihr euch sicher seid, zu wissen, was für alle das Beste ist. Aber das bringt gar nichts. Wenn ihr der Meinung seid, etwas Bestimmtes sollte getan werden, müsst ihr entweder mit gutem Beispiel vorangehen oder euch zurücknehmen und es den anderen überlassen, selbst zur Einsicht zu kommen. Denkt immer an das schöne Mantra von Jimi Hendrix, wenn die Macht zur Liebe die Liebe zur Macht überwindet, wird es Frieden geben. Haltet euch an die Macht der Liebe, dann seid dass ihr anstrebt, mit euch selbst im Reinen zu sein. Beruflich habt ihr wahrscheinlich einen guten Lauf und der hält auch noch an bis zum 13. Dezember, denn Mars im Skorpion verleiht vielen von uns Steinböcken die reinsten Superkräfte. Jedenfalls ging es mir so. Ich habe in den letzten Wochen ein unfassbares Arbeitspensum geschafft. Ihr auch? Am 13. Dezember geht der Mars dann in den Schützen. Das ist für die Steinböcke das 12. Haus des Rückzugs und das kann mit einem Nachlassen der Kräfte einhergehen, eventuell sogar mit gesundheitlichen Problemen und einer erhöhten Infektanfälligkeit. Da müsst ihr gegebenenfalls mehr auf euch Acht geben und ihr solltet wirklich schauen, dass ihr über die Weihnachtsfeiertage auch ein bisschen Erholung bekommt. Gleichzeitig geht allerdings der Merkur in den Steinbock und das regt die geistigen Kapazitäten stark an. So kann es sein, dass ihr gedanklich überhaupt nicht zur Ruhe kommt. Bis zum 18. sind sicherlich noch erfolgreiche Tage, auch für letzte Verhandlungen und eventuell auch wichtige Anschaffungen. In der Nacht zum 19. Dezember haben wir Vollmond in den Zwillingen und der erinnert euch nochmal dran, die besondere Zeitqualität als spirituelles Geschenk zu betrachten und beispielsweise durch Yoga und Meditation aus dem Gedankenkarussell auszubrechen und inneren Frieden zu suchen. Am gleichen Tag wird die Venus bei euch im Zeichen rückläufig bis zum 29. Januar und dann kann sich das Blatt sowohl in der Liebe als auch finanziell wenden. Im Januar kann es zu geschäftlichen Neubewertungen kommen und in der Liebe könntet ihr oder ein Partner es sich nochmal anders überlegen. Aber auch das kann sich nochmal ändern, wenn die Venus Ende Januar wieder vorwärtsläuft. Deshalb wartet ab, ehe ihr euch tiefer einlasst und zwar sowohl auf eine neue Liebe oder Beziehungsentscheidung als auch auf eine finanzielle Verbindung. Erst Ende Januar wird klar, wohin die Reise wirklich geht. Mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember um 16.59 Uhr geht die Sonne in euer Zeichen und stärkt eure Vitalität und Lebensfreude. Über die Feiertage und bis Neujahr schenkt euch der Kosmos harmonische Aspekte, die den Zusammenhalt mit Familie und Freunden stärken. Es kann sein, dass ihr eine wichtige und anstrengende Verantwortung übernehmen müsst, beispielsweise für ein erkranktes Familienmitglied. Aber die Sterne zeigen auch, dass es viele innige und lustige Momente gibt. Auch mit einer angenehmen Überraschung dürft ihr rechnen, vielleicht zum Geburtstag. Jedenfalls wird es Zeit, dass ihr euch auch mal von euren Lieben verwöhnen lasst. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Nach einem teilweise angespannten und arbeitsreichen November seid ihr jetzt mit der Sonne im Schützen bestimmt schon wieder optimistischer und lockerer. Gleich schauen wir in eure Sterne. Vorher habe ich noch einen Tipp. In diesem Sternzeichenhoroskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine Beratungen und PDF- Horoskope. Die werden auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt. Aktuell empfehle ich natürlich die persönliche Jahresvorschau als PDF. Die gibt es jetzt mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Auch im Dezember geht die Zeit mit den hohen beruflichen Anforderungen für euch noch weiter. Vom 4. bis zum 14. Dezember kann es zu Konflikten darum kommen, wer Recht hat und welche Verfahrensweise anzuwenden ist. Da solltet ihr im Zweifelsfalle nach dem Motto, der Klügere gibt nach, einlenken, denn es sieht so aus, als ob Vorgesetzte sich unbedingt durchsetzen wollen. Am besten läuft es, wenn ihr selbstständig und niemandem Rechenschaft schuldig seid. Euer berufliches Netzwerk funktioniert ausgezeichnet. Dort versucht man nicht, euch zu gängeln, sondern weiß eure Beiträge und euren Einsatz zu schätzen. Auch Freundschaften sind eine Quelle von Anregungen und guter Laune. Diese Bereiche werden vom Neumond im Schützen am 4. Dezember besonders angeregt. Da es eine Sonnenfinsternis ist, können dabei auch Entwicklungen aus der Vergangenheit eine wichtige Rolle spielen. Beispielsweise, indem alte, bekannte oder Geschäftspartner wieder auftauchen, mit denen ihr schon mal zusammengearbeitet habt und ihr denkt nun über neue gemeinsame Projekte nach. Auch alte Freundinnen oder Freunde melden sich nun vielleicht und regen euch dazu an, über Vergangenheit und Zukunft nachzudenken. Oder es gibt in einer Freundschaft etwas aus der Vergangenheit zu klären. Manche von euch geben sich auch mit guten Freunden gegenseitige Unterstützung und Ansporn bei Kreativprojekten. Der Neumond kann euch auch eine heiße neue Liebesaffäre bescheren, vielleicht mit einer ungewöhnlichen Person, die ihr bereits kennt und von der ihr bisher dachtet, da wäre bloß Freundschaft. All das sind Themen, die sich für eure Neumond-Meditation anbieten. Euer Privatleben kann sich weiterhin etwas schwierig gestalten. Unruhestifter Uranus steht praktisch bei euch zu Hause und zeigt Planänderungen und Störungen an, die mit der Familie oder euren Mitbewohnern zu tun haben. Das kann auch die Feiertagsplanung beeinflussen. Wahrscheinlich seid ihr zu Beginn des Monats noch so mit euch selbst und euren beruflichen Vorhaben beschäftigt, dass ihr gar nicht dazu kommt, über eure Feiertagsgestaltung nachzudenken und das nervt diejenigen, die sich etwas mit euch zusammen überlegen möchten. Dafür solltet ihr euch schon Zeit nehmen und ein bisschen guten Willen zeigen und euch nicht nur in der Arbeit oder in euren persönlichen Projekten vergraben. Vor allem die zweite und dritte Dekade der Wassermann-Geborenen neigt zu Ungeduld und Kompromisslosigkeit. Das bessert sich aber alles am 13. Dezember. Dann geht der Mars in den Schützen und bildet für sechs Wochen einen wesentlich angenehmeren Aspekt zu eurer Sonne als vorher. Ihr habt dann gute Schaffenskraft bis zum Jahresausklang. Außerdem sind das schöne Aspekte, um aktiv in der Freizeit etwas mit Freunden und Bekannten zu unternehmen, wozu ihr wahrscheinlich schon länger nicht mehr gekommen seid. Diejenigen von euch, die über Weihnachten beruflich Saison und deshalb trotz Feiertagen viel zu tun haben, werden erfolgreich sein und gute Entscheidungen treffen. Für eure Beziehung müsst ihr euch allerdings bewusst Zeit nehmen. Liebe und Zärtlichkeit gedeihen im Moment eher im Stillen und wenn ihr euch gemeinsam zurückziehen könnt. Also achtet darauf, dass ihr mit eurem Schatz nicht aneinander vorbeilebt und euch kaum seht, weil jeder so viel zu tun hat. Wenn ihr Single seid, schwärmt ihr vielleicht für jemanden, an den ihr zurzeit nicht herankommt. Möglich auch, dass ihr mit jemandem durchaus starke Anziehung und einen heißen Flirt erlebt und das kann sich rund um den Vollmond am 19. Dezember nochmal verstärken. Aber ihr könnt euch trotzdem nicht recht verlieben oder ihr seht in dem Flirt nicht das Potenzial für eine echte Beziehung. Da braucht es etwas Geduld. Sehr gut stehen die Sterne für alle Wassermanngeborenen, die spirituell arbeiten. Ihr erhaltet viele wertvolle Impulse aus der geistigen Welt und die verstärken sich nochmal mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember, wenn die Sonne in den Steinbock geht. Vielleicht habt ihr auch Lust auf ein ganz spirituelles Weihnachtsfest, denn die Aspekte über die Feiertage raten zur inneren Einkehr und Besinnlichkeit. Einige von euch werden jedoch auch Lust haben, sich mit Freundinnen und Freunden oder dem heißen neuen Flirt zusammen zu tun und ganz außergewöhnliche Feiertage zu verbringen. Rechnet aber damit, dass es in der Familie oder zu Hause eine überraschende Situation gibt, die eure Anwesenheit erfordert. Und diese Überraschung kann sogar angenehm sein. Auf jeden Fall versprechen eure Sterne Partystimmung zu Silvester. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Ascendenten. Wie so oft zum Jahresende habt ihr auch diesmal alle Hände voll zu tun. Das schauen wir uns gleich näher an. Vorher habe ich noch einen Tipp. In diesem Sternzeichen- Horoskop kann ich wichtige Tendenzen für euch deuten, aber nicht alle eure persönlichen Themen abbilden. Dafür gibt es meine PDF-Horoskope und Beratungen und die werden auf der Basis eures Geburtsdatums individuell für euch erstellt. Aktuell empfehle ich euch die persönliche Jahresvorschau als PDF und die gibt es jetzt mit 30 Prozent Weihnachtsrabatt. Mehr Informationen findet ihr auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Im Dezember ist viel los bei euch. Beruflich, weil die Schützesonne euer Karrierehaus bestrahlt und auch privat und mit euren Freundinnen und Freunden. Alle fühlen sich in eurer Nähe wohl und so mancher erhofft sich von euch noch alle möglichen Hilfeleistungen und Unterstützung. Die nötigen Kräfte dazu stellen euch die Sterne durchaus zur Verfügung, besonders wenn ihr in der dritten Dekade des Fischezeichens Geburtstag habt. Auch in der Liebe tut sich noch ganz viel, vor allem wenn ihr Zeit habt, mit eurem Herz allerliebsten unterwegs zu sein. Vielleicht auf einer Reise wäre das super romantisch. Und die Singles unter euch können sich über mangelnden Zuspruch nicht beklagen. Dennoch scheint es, als ob Entwicklungen in eurer Karriere und bei eurem beruflichen Fortkommen euch stark beschäftigen. Der Neumond vom 4. Dezember mit der Sonnenfinsternis aktiviert diesen Bereich und zugleich auch eure berufliche Vergangenheit. Projekte, die ihr schon vor Monaten angeleiert hattet, können jetzt plötzlich Früchte tragen und Leute melden sich, um die Jobs zu bestätigen. Wenn ihr selbstständig seid, bekommt ihr noch Aufträge herein. Vielleicht durch Leute, die ihr ewig nicht mehr gesehen habt, die sich aber noch gut an eure Leistungen erinnern. Auf jeden Fall solltet ihr diesen Neumond nutzen, um über eure Entwicklungs- und Karrierepläne nachzudenken. Eine wichtige Rolle spielen dabei auch eure familiären Wurzeln und eure Wohnsituationen. Wenn es da Dinge zu klären gibt, wäre das wichtig, damit ihr frei für die Zukunft seid. Bei einigen von euch ist das Privatleben gerade ziemlich aufregend. Vielleicht durch eine renitente Tochter in der Pubertät oder durch ungeplanten Familienzuwachs oder weil die Kinder ihre eigenen Wege gehen und keine Rücksicht darauf nehmen, dass ihr viel zu tun habt. Auch bei solchen Angelegenheiten kann euch der Neumond helfen, euch zu sortieren und ihr könnt eine Wunschmeditation für mehr Unterstützung und Besserung der Situation durchführen. Wenn ihr euch auf eure beruflichen Vorhaben konzentriert, habt ihr gute Ideen und könnt vor den Feiertagen noch sehr erfolgreich sein. Auch finanziell könnt ihr noch einen wichtigen Abschluss tätigen oder Unterstützung durch euer Netzwerk oder aus eurem Freundeskreis erhalten, wenn ihr sie braucht. Da scheint es jemanden mit Einfluss zu geben, der auf eurer Seite ist und euch gerne fördern möchte. Solche Projekte solltet ihr am besten noch bis zum 18. Dezember eintüten und die dazu benötigten Absprachen oder Verträge bis dahin unterschreiben. Auch falls ihr beruflich Social Media einsetzt, könnt ihr damit im Dezember noch sehr erfolgreich sein. Wenn ihr allerdings unter dem Einfluss von Neptun steht, das merkt ihr daran, dass ihr häufiger Sachen vergesst oder verpeilt seid oder hin und wieder Angelegenheiten falsch einschätzt, dann müsst ihr aufpassen, dass ihr nicht missverstanden werdet, auch bei Social Media Posts, denn darunter könnte euer guter Ruf leiden. Da ist die Phase vom 7. bis 12. Dezember etwas kritisch. Am 13. Dezember geht der Mars für sechs Wochen in den Schützen und pusht dann nochmal euren beruflichen Ehrgeiz, kann aber auch anstrengende Aufgaben und ungeduldige Vorgesetzte anzeigen. In dem Fall müsst ihr aufpassen, dass ihr eure freien Tage verteidigt und euch nicht Aufgaben aufs Auge drücken lasst, die ihr über Weihnachten noch erledigen sollt. Oder ihr lasst euch das gut bezahlen, das wäre auch eine Option. Das müsst ihr euch aber unbedingt schriftlich bestätigen lassen. Zeitgleich geht der Merkur in den Steinbock. Das bringt geistige Klarheit und fördert die Konzentration. Das hilft euch sowohl beruflich wie privat. Wundert euch nicht, wenn ihr zu Vollmond in der Nacht zum 19. Dezember nicht schlafen könnt und viel über euer Fortkommen nachdenkt oder wer euch dabei fördert oder auch behindert. Schreibt euch eure Erkenntnisse auf, die können euch noch nützlich sein. Mit der Wintersonnenwende am 21. Dezember, wenn die Sonne in den Steinbock geht, lässt der Druck nach und ihr bekommt harmonische Aspekte über die Feiertage und bis Neujahr. Kann sein, dass es mit der Familie nicht ganz so kuschelig wird wie sonst, weil wohl einige ihre eigenen Pläne haben. Vielleicht kommt auch jemand nicht, auf den ihr euch gefreut hattet. Aber andererseits sieht es so aus, als ob eure Freundinnen und Freunde euch mit tollen Ideen überraschen, was man über die Feiertage Schönes machen könnte. Wenn ihr liiert seid, lässt sich auch euer Schatz richtig was für euch einfallen. Zu Silvester habt ihr allen Grund, optimistisch ins neue Jahr zu blicken. Denn Glücksplanet Jupiter betritt am 29. Dezember euer Zeichen und begleitet euch bis in den Mai 2022 mit seiner optimistischen und verheißungsvollen Energie. Und hier ist der Service-Teil mit den Weihnachtsgeschenken, Terminen und der Rabattaktion. Auf meiner Homepage findet ihr im Horoskope-Shop meine Angebote an persönlichen Beratungen oder schriftlichen PDF-Horoskopen. Bei all diesen Produkten erfahrt ihr, welche kosmischen Einflüsse nicht nur auf euer Sternzeichen, sondern auch auf die anderen Planeten eures Horoskops wirken. Der Jahreswechsel steht vor der Tür und aus diesem Anlass gibt es einen schönen Weihnachtsrabatt von 30 Prozent auf die schriftliche Jahresvorschau als PDF mit den wichtigsten kosmischen Einflüssen der kommenden zwölf Monate für die Liebe und den Beruf. Der Rabattcode ist ganz einfach Sterne2022 und das verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung und auf der Infokarte. Die Monatshoroskope für den Dezember könnt ihr auch noch mal als PDF nachlesen. Das Dossier mit allen Sternzeichen und der kosmischen Schwingung findet ihr auf meiner Homepage. Außerdem empfehle ich euch auch das Dossier Inspirationen für dein Ritual, falls ihr ein Neumond- oder Vollmondritual durchführen wollt. Alle Service-Produkte könnt ihr für eine kleine Gebühr als PDF herunterladen und die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Der nächste Livestream ist am Freitag, den 26. November und da schauen wir uns die Konstellationen der Sonnenfinsternis und den darauf folgenden Mondzyklus noch mal genau an. In meinen Livestreams gibt es ja auch immer ein Gewinnspiel und wenn ihr daran teilnehmen wollt, könnt ihr euch vorher über meine Homepage anmelden. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung unten. Und damit kommen wir zur Verlosung. Weil bald Weihnachten ist, gibt es diesmal zwei Geschenke, nämlich einmal das Jahrbuch 2022 mit persönlicher Widmung und außerdem verlose ich auch einen von meinen tollen Antonias Sterne-Kalendern. Um an der Verlosung teilzunehmen, abonniert bitte meinen Kanal, falls noch nicht geschehen und postet mir hier einen interessanten Kommentar, zum Beispiel ob und wie meine Vorhersagen euch weiterhelfen. Das Kanalabo hat auch den Vorteil, dass ihr euch benachrichtigen lassen könnt, wenn ich neue Videos hochlade oder Livestreame. Wer gewonnen hat, das erfahrt ihr im Monatsvideo für den Januar. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hier noch meine Empfehlungen. Ein Jahr Luftepoche, das Update, solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und in meinem Livestream-Video vom Fische-Neumond geht es auch um das Thema die Macht der Liebe und um den spirituellen Tierkreis. Das sind jetzt wichtige Themen. Alles Gute mit den Sternen! Vielen Dank! Vielen Dank.